Im mündlichen Abi geht es ja sehr gerne um Vektoren und im Themenblock Vektoren geht es sehr gerne um Geraden. Und hier haben wir eine Frequently Asked Question, die tatsächlich in mehreren Prüfungen so ähnlich abgefragt wurde. Zuerst bekommt ihr zwei Geraden von mir. Schreibt euch die bitte einmal mit. Die erste Gerade heißt g Doppelpunkt Vektor x ist gleich 0, minus 4, 3 plus r mal 6, 0, z. Und die zweite Gerade ist h Doppelpunkt Vektor x ist gleich 0, minus 4, 3 plus r mal minus 2, 0, 1. So und jetzt kommt die erste kleine Frage dazu. Ich möchte nämlich wissen, ob man diese unbekannte z, also die dritte Koordinate vom Richtungsvektor von g, ob man die so wählen kann, dass die beiden Geraden zueinander parallel sind. Was denkt ihr? Bitte sehr. Ja, das ist natürlich recht offensichtlich gewesen. Diese beiden Geraden, sie können niemals parallel sein, weil sie haben denselben Stützvektor. Und das bedeutet, sie haben einen gemeinsamen Punkt, nämlich den Punkt 0, minus 4, 3. Und wenn zwei Geraden einen gemeinsamen Punkt haben, dann könnte es sein, sie schneiden sich an diesem gemeinsamen Punkt bei 0, minus 4, 3. Oder es könnte sein, es ist nur einer von unendlich vielen gemeinsamen Punkten und die beiden Dinger sind eigentlich identisch und haben halt irgendwie diesen einen gemeinsamen Punkt, 0, minus 3, 4, aber noch unendlich gemeinsame Punkte mehr. Ja, und das war die Antwort auf die erste Frage. Jetzt kommt die zweite. Wir haben jetzt ja gesagt, dass die beiden Geraden entweder identisch sind oder sich schneiden. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, wie genau z gewählt werden muss, damit die beiden Geraden sich schneiden, und zwar orthogonal. Was würdet ihr sagen, wie muss z dann gewählt werden? Da könnt ihr auch ein bisschen rechnen, ne? Bitte sehr. Ja, die entscheidende Idee ist, dass man sagt, zwei Geraden schneiden sich orthogonal, also senkrecht, wenn sie einen gemeinsamen Punkt haben, den haben wir, 0, minus 4, 3, und wenn dann noch die Richtungsvektoren orthogonal zueinander stehen. Weil wenn ihr euch das vorstellt, zwei Geraden, die sollen sich irgendwie hier schneiden, bei 0, minus 4, 3 und das Ganze auch noch senkrecht, also hier soll ein rechter Winkel sein. Naja, dann sind es die Richtungsvektoren, die über diesen Schnittwinkel entscheiden. Und das heißt, ich müsste irgendwie das z so wählen, dass 6, 0, z senkrecht steht auf minus 2, 0, 1. Und das ist bei Vektoren immer dann der Fall, wenn das Skalarprodukt 0 ist. Das heißt, ihr müsstet hier einfach so als Zwischenrechnung 6 mal minus 2 rechnen, plus 0 mal 0, kann man sich sparen, plus z mal 1, und das müsste 0 ergeben. Also Stichwort, Skalarprodukt muss 0 sein, das ist die Orthogonalitätsbedingung. Ja, und wann haben wir das? Kann man ein bisschen vereinfachen noch. Wenn minus 12 plus z gleich 0 ist, also mit anderen Worten, wenn z gleich 12 ist. Na, da haben wir ein paar Äquivalenzumformungen gemacht, keine schwierigen. Und dann wissen wir, für z gleich 12 schneiden sich die beiden Geraden g und h senkrecht im Punkt 0, minus 4, 3. Und das war es auch schon. Thema Orthogonalität ist ultra beliebt in der mündlichen, muss auf jeden Fall sitzen. Schaut mal hier rein, wenn ihr noch mehr dazu üben wollt. Und ansonsten arbeitet euch einfach weiter durch, durch den FAQ-Katalog oder durch die kompletten Simulationen. Und dann läuft das schon. Ciao, viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen. Jude daumen.